Die Schlagerwelt trauert um eine echte Legende, Roger Whittaker ist verstorben. Kollegen wie Florian Silbereisen und Stefan Meross nehmen Abschied von dem Ausnahmekünstler. Florian Silbereisen – rührende Worte über den verstorbenen Roger Whittaker. Diese Nachricht erschütterte am Ende September die Schlagerwelt. Die britische Schlagerlegende Roger Whittaker ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Bereits am 13. September tat der Albany-Sänger seinen letzten Atemzug, am vergangenen Samstag wurde er im kleinen Kreise der Familie beigesetzt. Whittaker hatte vor seinem Tod einen Schlaganfall erlitten, von dem er sich nicht wieder erholte. Umringt von seinen Liebsten ist er schließlich in einem Krankenhaus in seiner Wahlheimat Südfrankreich verstorben. Nicht nur die Fans trauern um den Ausnahmekünstler, sondern auch viele Musikerkollegen sind bestürzt von dem Tod Whittakers. Florian Silbereisen, 42, widmete auf Instagram seinem Freund rührende Worte. Ich bin sehr traurig. In Gedanken bin ich bei seiner lieben Frau Nathalie und seiner Familie. Wir haben alle zusammen so viel erlebt, in unseren Shows genauso wie auf dem Oktoberfest oder bei ihm zu Hause. Er war einer der Besten. Alles Liebe, Roger, dein Florian. Roger Whittaker – auch andere Schlagerstars trauern um die Schlagerlegende. Roger Whittaker hat mit seiner Stimme viele tausende Menschen verzaubert. Sein Tod hinterlässt eine Lücke, die auch für viele seiner Kollegen spürbar ist. Neben Florian Silbereisen äußerten sich auch andere Schlagerstars bestürzt zu dem Tod des Musikers. Stefan Maross, 47, widmete Whittaker einen eigenen Instagram-Beitrag. Zu einem Foto der Schlagerlegende schrieb der immer wieder Sonntags-Moderator. Einer der ganz, ganz großen, Roger Whittaker. Mach's gut, alter Freund. Auch Ben Zucker gedachte dem Musiker mit einem Schwarz-Weiß-Bild in seiner Instagram-Story. Allen Angehörigen Whittakers wünschen wir in dieser Zeit viel Kraft. Von Tun какойわけ und froh ist der Ort. Und zwar zu sagen wir mal ein Kopf er Qiao hit heart. und mit der Er witness Doyenester oder dann sind totally noch elegant? Und dann ist das zu sein. Und jetzt bin ich aus провер town. Wir sch demokratisch diplomatisch. Vielen Dank.